Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. Nachdem wir zuletzt sehr praktisch gearbeitet haben, zunächst JavaScript erlernt haben und uns dann ein einigermaßen umfassendes Beispiel angeschaut haben, bei dem alle diese Dinge zusammenkamen, wollen wir uns heute einem weiteren Thema zuwenden. Ich möchte nun wieder einmal einen Schritt zurücktreten und ein wenig theoretisieren über das, was wir in den letzten Wochen gemacht haben. Ganz konkret soll es darum gehen, wie man eigentlich größere Softwareprojekte in den Griff bekommt. Wenn wir ein größeres Projekt vor uns haben, für das wir eine Software entwickeln wollen, das fängt schon bei dem Miniprojekt an, das gar nicht so riesig ist, aber immerhin schon eine gewisse Komplexität hat, dann wird man relativ schnell feststellen, dass man erstens häufig arbeitsteilig unterwegs sein wird. Das heißt also, dass sich mehrere Leute die Arbeit aufteilen und dass man dann darüber natürlich kommunizieren muss. Wie teilt man was auf? Wer kümmert sich um was? Und vor allem, wenn jemand etwas an seinem Code ändert, was hat das für Auswirkungen für die anderen Leute, die ebenfalls Programmcode schreiben, der mit diesem zusammenhängt? Das zweite Problem, mit dem wir es an dieser Stelle zu tun haben, besteht darin, dass solche Projekte relativ schnell unübersichtlich werden. Wir hatten uns schon gewisse Techniken dafür angeguckt, wie man so etwas in den Griff bekommen kann. Wir haben so ganz elementare Dinge, dass wir uns beispielsweise angewöhnen, Dateien immer so zu benennen, wie die Klassen heißen. Dass wir für jede Klasse, die wir definieren, eine eigene JavaScript-Datei gleichen Namens anlegen. Ich hatte schon erwähnt, dass man das in JavaScript nicht so tun muss. In anderen Programmiersprachen hingegen teilweise schon. Und das mit gutem Grund, weil es dadurch erheblich übersichtlicher wird, auch wenn die Vielzahl der Dateien, mit denen man arbeitet, vielleicht erst einmal etwas erschlagend wirken mag. Letztlich aber hilft einem das bei größeren Softwareprojekten dann häufig doch. Da muss man immer auch ein bisschen Augenmaß walten lassen und sich nicht unbedingt zu strikt an irgendwelche Vorgaben halten, außer das ist im Team so abgesprochen natürlich. Ansonsten kann man es, wenn man es irgendwann einmal für sinnvoll hält, doch anders machen, als ich das hier vorgeschlagen habe. Man sollte eine solche Entscheidung aber im Einzelfall bewusst treffen und sich an den hier vorgeschlagenen Leitlinien und Grundregeln zumindest orientieren. Ein Thema, das wir uns genauer anschauen wollen, ist, wie wir Bausteine entwickeln können, die dann vielfältig verwendbar sind, sodass wir nicht alle Dinge immer wieder neu entwickeln müssen. Wir haben das ja schon dadurch gemacht, dass wir zum Beispiel immer wieder vordefinierte Objekte verwendet haben, die es in JavaScript schon gibt. Wir haben gewissermaßen Bibliotheken genutzt, so kann man das auch nennen. So sind in den Basisbibliotheken von JavaScript beispielsweise für das Array bestimmte Funktionen definiert, die wir einfach benutzen können. Wir hätten in dieser Vorlesung auch hergehen können und euch eigene Bibliotheken zur Verfügung stellen, die wir speziell für diese Vorlesung entwickelt haben. Und wenn ihr euch heutzutage Web-Anwendungen anguckt, werdet ihr feststellen, dass dort ganz häufig Bibliotheken genutzt werden. Da gibt es beispielsweise Bootstrap, Angular oder Node.js, die Entwicklern sehr umfangreiche Funktionen zur Verfügung stellen, die man nur sehr aufwendig selber programmieren könnte. Wenn euch diese Stichworte nicht sagen, macht das nichts. Aber wer die vielleicht schon einmal gehört hat, kann dann jetzt etwas damit anfangen. Mit solchen Bibliotheken kann man komplexe Softwareprojekte in den Griff bekommen. Diese Bibliotheken werden auch permanent weiterentwickelt. Sie verändern sich. Irgendwann gehen die Entwickler her und sagen, Mensch, da könnten wir doch vielleicht irgendetwas cleverer machen, weil man festgestellt hat, dass etwas nicht so optimal funktioniert, wie es sein sollte. So kann es zum Beispiel sein, dass die Responsivität nicht hoch genug ist, also dass die Reaktionszeiten der Anwendung zu lang sind und damit die Software unter bestimmten Umständen nicht schnell genug reagiert. Da möchten die Entwickler vielleicht etwas optimieren. Darum werden wir uns demnächst auch noch kümmern. Sie möchten vielleicht auch irgendwelche Fehler korrigieren. Sie möchten vielleicht Objekte ergänzen, weil Sie festgestellt haben, dass es ganz praktisch wäre, wenn ein Objekt noch über zusätzliche Eigenschaften oder zusätzliche Methoden verfügen würde. Aber Sie möchten natürlich nicht, dass jegliche Software, die mit der bisherigen Version lief, mit der neuen Version auf einmal nicht mehr funktioniert, weil jetzt auf einmal bestimmte Eigenschaften vielleicht einen anderen Namen bekommen haben, zusätzliche Eigenschaften erwartet werden oder Methoden auf einmal andere Parameter erwarten oder andere Rückgabewerte zurückliefern. Daher möchte man dann kompatibel bleiben. Abwärtskompatibilität nennt man so etwas dann auch. Eine Möglichkeit, wie man so etwas schon mal erleichtern kann, besteht darin, dass man gar nicht mehr direkt auf die Eigenschaften von Objekten zugreift, sondern dies ausschließlich über Methoden macht. Das wirkt erstmal ein bisschen kompliziert, aber schauen wir uns das einmal an einem Beispiel an. Wenn wir uns die Buchobjekte von den letzten Videos noch einmal angucken, dort hatten wir drei Eigenschaften, Autor, Titel und Preis. Zwei davon sollten Zeichenketten, eine eine Zahl sein. Und wir hatten eine Methode, to string. Wir haben dann natürlich immer auf die Eigenschaften selber zugegriffen, was in dem Fall nicht fürchterlich schwierig war, weil wir mit unseren Buchobjekten nicht sehr viel gemacht haben. Aber wir hatten ja beispielsweise irgendwann auch schon einmal ein Buchobjekt gesehen, bei dem wir gesagt hatten, dass wir vielleicht nachträglich den Preis nochmals verändern wollen. Wir wollen aber vermutlich den Autor und den Titel nicht nachträglich ändern können. Warum sollte man bei einem Buch, das schon erschienen ist, nachträglich noch den Autor modifizieren? Das ist ja eigentlich nicht sinnvoll. Vielleicht fällt uns aber auch irgendwann ein, und auch das hatten wir schon gemacht, dass wir die Objekte nachträglich erweitern wollen. Ich hatte irgendwann meine Buchobjekte und meine Eigenschaft Cover erweitert, sodass wir zu jedem Buch auch ein Titelbild mit abspeichern konnten. Damit wurde unser bisher geschriebenes Programm nicht hinfällig. Und auch jede andere Software, die unsere Buchobjekte benutzt hätte, weil die so toll sind, dass alle Welt sie für ihre Projekte hätte nutzen wollen, hätte weiter funktioniert. Denn diese komplexeren Buchobjekte, die wir uns dann ausgedacht haben, konnten von der alten Software weiterverwendet werden, selbst wenn eine zusätzliche Eigenschaft existiert. Sie würde diese Eigenschaft nicht nutzen, aber sie würde mit den bisherigen Eigenschaften und Methoden weiter funktionieren. Und die Entwickler jener Software könnten diese so weiterentwickeln, dass sie dann auch die neuen Eigenschaften nutzen. Manchmal würden wir uns aber vielleicht auch überlegen, dass wir zum Beispiel eine Eigenschaft umbenennen wollen oder wir irgendetwas anders machen wollen. Vielleicht wollen wir die Methode toString verändern, weil wir keine Tabellenzeilen mehr zurückgeben wollen, sondern stattdessen nun Aufzählungen oder eine Umgebung mit geschachtelten Div-Tags, die wir zusätzlich mit Klassen anreichern. Dann können wir das alles innerhalb unserer Buchobjekte machen, sofern sich nach außen hin keine dieser Änderungen auswirkt. Jemand, der unsere Buchobjekte verwenden will, müsste allerdings wissen, dass es sich auf einmal nicht nur um eine Tabellenzeile, sondern um eine Liste oder eine Umgebung von Div-Tags handelt. Aber die Objekteigenschaften selber bleiben alle gültig. Am Aufruf der Methode ändert sich auch nichts. Das ist die sogenannte Schnittstelle, über die wir schon mehrfach gesprochen haben. Die Schnittstelle des Buchobjekts besteht also in diesem Fall aus den Eigenschaften und den Methoden. Eine Idee, um Fehleranfälligkeiten zu vermeiden und die Wiederverwendbarkeit dieser Objekte in verschiedensten Projekten sicherzustellen, besteht darin, dass wir versuchen, in den Programmen, die unsere Objekte verwenden, kurzerhand gar nicht mehr mit den Eigenschaften zu arbeiten, sondern nur noch über Methoden auf die Objekte zuzugreifen. Dafür müssen wir natürlich unsere Objekte um entsprechende Methoden ergänzen. Dieses Prinzip ist schon relativ alt in der Softwaretechnik. Es geht auf David Parnas zurück, der das im Jahr 1972 unter dem Namen Information Heiding vorgeschlagen hat. Das bedeutet, dass wir gewissermaßen die Innereien dieses Objekts verbergen. Bis zu einem gewissen Grad haben wir das hier schon immer getan und deshalb hatte ich neulich bei meinem Buchlistenprojekt das Ganze so entwickelt, dass immer weniger Kenntnisse von außen benötigt wurden. Wenn ich also von meinem Hauptprogramm aus, von der Webseite aus, meine Objekte verwende, will ich immer weniger auf die Innereien meiner Objekte zugreifen. Das habe ich sowohl für das Buchobjekt wie für das Buchlistenobjekt gemacht und jeweils dafür gesorgt, dass wir nur noch über einzelne Eigenschaften und Methoden auf das Objekt zugegriffen haben und nach Möglichkeit sogar auf den direkten Zugriff auf Eigenschaften verzichtet haben und nur noch die Methoden, toString beispielsweise, verwendet haben. Bei der Buchliste beispielsweise haben wir gar nicht nur auf die Eigenschaften Autor, Titel oder Preis der Buchobjekte zugegriffen. An einer bestimmten Stelle mussten wir dann allerdings doch wieder auf die Eigenschaften der Buchobjekte zugreifen, nämlich an der Stelle, wo wir nur noch die Bücher eines bestimmten Autors ausgeben wollten. Denn unsere Buchobjekte boten genau diese Möglichkeit nicht. Eine Methode, um herauszufinden, wer der Autor dieses Buchs ist. Das hätten wir aber machen können. Und das ist genau die Idee, die wir jetzt hier verfolgen wollen. Also auch auf den Autor beispielsweise über eine Methode zuzugreifen. Das ist wie gesagt dieses Information-Hiding. Wir verbergen die Innereien. In diesem konkreten Fall heißt das, wir verbergen insbesondere die Eigenschaften. Unsere Schnittstelle nach außen besteht dann nur noch aus Methoden. Es könnte theoretisch auch interne Methoden geben, die wir nur innerhalb des Objekts verwenden wollen, die wir von außen her aber nicht zugänglich machen wollen. Solche privaten Methoden und privaten Eigenschaften sind etwas, das es in anderen Programmiersprachen als Konstrukt gibt. In JavaScript gibt es das allerdings nicht, wird aber nach allem, was man weiß, in einer zukünftigen Version kommen. Bislang aber muss man das über Programmierdisziplin machen. Wir müssen uns selber überlegen, wollen wir das so nutzen oder wollen wir das so nicht tun? Damit nehmen wir eine Kapselung der Struktur vor, die dafür sorgt, dass wir zum einen eine Abstraktion haben. Wir verbergen die Details, die Innereien interessieren uns nicht mehr. Wir erreichen damit aber auch eine gewisse Sicherheit, denn wir können so einen Schutz gegen unbeabsichtigte Eingriffe vornehmen. Wenn wir nur noch über Methoden auf Eigenschaften zugreifen und keine Methode zum Verändern einer Eigenschaft bereitstellen, lässt sich diese Eigenschaft auch nicht unabsichtlich verändern. Das funktioniert hier in JavaScript anders als in anderen Programmiersprachen, wie gesagt, nur, wenn wir uns über Programmierdisziplin daran halten. Dann aber können wir genau das erreichen, dass wir also sicherstellen, dass wir nicht versehentlich eine Eigenschaft modifizieren, die wir gar nicht verändern sollten, weil damit unser Objekt vielleicht in einen inkonsistenten Zustand gelangen würde. Und wir erreichen es, dass wir die Datenbearbeitung an einem Ort bündeln. Wo immer etwas notwendig ist, das irgendwelche Quereffekte zu anderen Eigenschaften hat, können wir dafür sorgen, dass alles automatisch aktualisiert wird, was zu aktualisieren ist. Das Array beispielsweise macht das für uns schon implizit. Wir wissen gar nicht, wie es das tut, aber wenn wir ein neues Element in ein Array einfügen, ist sichergestellt, dass die Eigenschaft Length immer korrekt gesetzt bleibt. Was immer wir mit dem Array anstellen, wann immer wir mit einer Methode auf das Array zugreifen, wird automatisch diese Eigenschaft Length korrekt gesetzt, sowohl beim Hinzufügen, wie beim Entfernen von Elementen aus einem Array. Das ist das, was man unter Lokalität versteht. Gucken wir uns das noch einmal konkret an diesem Buchobjekt an, das ich hier habe. Wir sorgen nun dafür, dass wir nicht mehr direkt auf die Eigenschaften zugreifen, sondern dies nur noch über Methoden machen. Das bedeutet aber, dass wir zusätzlich zu der Methode toString eine Reihe weiterer Methoden brauchen, die uns den Zugriff auf die einzelnen Eigenschaften erlauben. Zusätzlich zu toString erstellen wir nun also weitere Methoden. Eine davon heißt getAutor, die uns einfach nur den Wert der Eigenschaft Autor zurückgibt. Ich habe die Methoden immer so genannt, die sie mit get für die Methoden, die den Wert einer Eigenschaft auslesen, und set für die Methoden, die einer Eigenschaft einen Wert zuweisen, beginnen. Und darauf genau der Name der entsprechenden Eigenschaft folgt, nur dann großgeschrieben in dieser CamelCase-Schreibweise, damit man das besser lesen kann. getAutor und setAutor sind also das Pärchen, das dafür sorgt, dass wir die Eigenschaft Autor auslesen können und der Eigenschaft Autor einen Wert zuweisen können. getAutor liest die Eigenschaft aus und liefert deshalb eine Zeichenkette zurück. setAutor kriegt eine Zeichenkette als Parameter übergeben und speichert sie in der Eigenschaft Autor. Das klingt jetzt ein bisschen umständlich, ergibt aber durchaus Sinn, weil man damit verbirgt, dass es eine Eigenschaft Autor überhaupt gibt. Der Name ist zwar identisch, aber auf die Eigenschaft Autor würden wir tunlichst nicht mehr zugreifen wollen. Das gleiche machen wir für den Titel. Auch da haben wir eine getA- und eine setA-Methode, wieder eine Zeichenkette als Rückgabewert bei der getA-Methode und eine Zeichenkette als Parameter natürlich entsprechend bei set. Und für den Preis machen wir das genauso wieder. Eine getA- und eine setA-Methode, erster liefert jetzt natürlich einen Zahlenwert zurück, weil der Preis ja als eine Zahl gespeichert ist, und setPreis braucht entsprechend eine Zahl als Parameter, die wir übergeben müssen. Jetzt haben wir natürlich erst einmal noch nichts erreicht, außer dass wir viel Aufwand getrieben haben. Aber wir würden jetzt dafür sorgen, dass wir in unserem Programm, das wir schreiben und in dem wir diese Buchobjekte verwenden wollen, niemals mehr auf die Eigenschaften direkt zugreifen. Deshalb habe ich die hier jetzt einmal ausgegraut. Das wären also jetzt sozusagen private Eigenschaften, die wir von außen nie wieder verwenden wollen. Das Buchobjekt selber muss natürlich innerhalb seiner Methoden mit this immer noch darauf zugreifen. Da bleibt keine andere Wahl. Wenn wir beispielsweise den Autor setzen wollen, müssen wir auf this.autor zugreifen. Und ebenso, wenn wir den Autor auslesen wollen, das geht gar nicht anders. Aber von außen, also zum Beispiel von unserer Buchliste aus oder gar von unserem Hauptprogramm aus, würden wir niemals mehr auf eine der Eigenschaften des Buchobjekts zugreifen, sondern immer nur mithilfe von Methoden. In unserer Methode für das Buchlistenobjekt neulich, mit der wir uns nur die Bücher eines bestimmten Autors als Tabelle zurückgeben lassen konnten, brauchten wir den Namen des Autors von dem jeweils betrachteten Buch. Dazu hatten wir Bücherliste an der Stelle i.autor verwendet. Stattdessen würden wir nun die Methode Bücherliste an der Stelle i.getautor aufrufen. Das würde uns exakt dasselbe liefern, aber wir würden nun nicht mehr auf die Eigenschaft selber zugreifen. Hiermit haben wir das Verbergen von Details vorgenommen, die Abstraktion, von der ich gerade gesprochen habe. Was wir aber zusätzlich erreichen können, ist dieser Sicherheitsaspekt, der Schutz gegen unbeabsichtigte Eingriffe. Nehmen wir nämlich beispielsweise an, wir sagen wirklich, dass, wie ich es eben schon angedeutet habe, grundsätzlich der Autor eines Buchs nachträglich nicht mehr geändert werden darf, genauso wenig wie der Titel eines Buchs nachträglich geändert werden darf. Das Einzige, was noch geändert werden darf, ist der Preis. Ja, dann schreiben wir doch diese Methoden Z-Autor und Z-Titel gar nicht mehr. Wir lassen die kurzerhand weg und die Schnittstelle unseres Buchs sagt jetzt ganz klar aus, das Einzige, was man hier machen darf, ist, dass man den Autor eines Buchs auslesen darf, dass man den Titel auslesen darf, dass man den Preis auslesen darf und dass man den Preis auch ändern darf. Natürlich gibt es nach wie vor die Methode ToString, die wir ja schon mehrfach gebraucht haben. Hiermit ist jetzt auch klar, dass ein anderer Programmierer, der unsere Buchobjekte verwenden möchte, weiß, Autor und Titel sind nicht schreibbare Eigenschaften, die dürfen nicht geändert werden. Wie gesagt, technisch gesehen sind sie schreibbar, JavaScript verbietet das nicht. Aber wir wollen nicht, dass diese Eigenschaften geschrieben werden. Genau das haben wir jetzt über die Schnittstelle quasi gleich mit dokumentiert. Dieses Prinzip, das wir hier jetzt kennengelernt haben, wollen wir in diesem und den kommenden Videos weiter treiben, indem wir Ansätze für eine Art Informatikbaukasten entwickeln. Dafür gibt es ein Konzept, das die Informatik sich ausgedacht hat. Es nennt sich abstrakte Datenstrukturen. Abstrakte Datenstrukturen sind damit ein Hilfsmittel, das wir immer wieder verwenden können. Sie sind sehr flexibel einsetzbar und wir können sie an ganz vielen Stellen verwenden. Und wir können damit Komplexität in dem Sinn reduzieren, weil wir sie auslagern können und so dafür sorgen, dass bestimmte Aufgaben in dieser abstrakten Datenstruktur erledigt werden, ohne dass wir uns noch darum kümmern müssen, wie das passiert. Nehmen wir das Beispiel der Arrays noch einmal. Wir wissen gar nicht, wir haben uns damit hier an dieser Stelle nicht beschäftigt, wie das in den Arrays tatsächlich abläuft. Und das müssen wir auch nicht. Wir verlassen uns darauf, dass irgendjemand dieses Ding wohl richtig programmiert hat und dass Fehler, die bislang in der Implementierung gewesen wären, hoffentlich schon aufgefallen wären. In dem Sinn haben wir also Komplexität reduziert, weil wir uns keine Gedanken mehr darum machen müssen, wie wir ein Array selber so verwalten, dass es vernünftig nutzbar bleibt. Wir können, auch das habe ich schon mehrfach angesprochen, Programme arbeitsteilig entwickeln. Nehmen wir noch einmal das Beispiel mit der Bücherliste von neulich. Wir hätten hergehen können und beschließen, dass wir uns das Projekt zu dritt aufteilen. Einer von uns programmiert die Buchobjekte, eine programmiert die Buchlistenobjekte und eine programmiert die eigentliche Anwendung, also die Webseite mit dem JavaScript-Code. Wir müssten uns dann vorher nur darauf einigen, und das war das, was ich im Grunde genommen am Anfang auf den ersten zwei Folien direkt gezeigt habe, wie die Schnittstelle der Buchobjekte und der Bücherlistenobjekte aussehen soll. Jetzt gerade haben wir die Schnittstelle noch einmal ein bisschen geändert, indem wir diese zusätzlichen Methoden eingeführt haben, aber im Grunde genommen war das die Idee. Wir haben dabei auch gesehen, dass der Mensch, der die Bücherliste programmiert hat, eben doch noch etwas über die Innereien der Buchobjekte wissen musste, weil eben dummerweise nicht alles in der Schnittstelle stand, beziehungsweise er in der einen Methode der Bücherliste eben doch auf die eigentlich internen Eigenschaften der Buchobjekte zugreifen musste. Das hätten wir eleganter machen können, indem wir von vornherein mit Methoden so gearbeitet hätten, wie ich das gerade vorgestellt habe. Wir können mit diesen abstrakten Datenstrukturen bestimmte Sachverhalte modellieren, also ein bestimmtes Verhalten modellieren, das wir dann an verschiedensten Stellen immer wieder verwenden können. Wir können auch Teile in diesen Dingen ersetzen, das werden wir uns in Kürze noch angucken. Da werden wir uns eine abstrakte Datenstruktur vornehmen und sie kurzzeitig intern komplett umbauen, intern alles komplett anders machen, weil uns auf einmal einfällt, dass wir das viel eleganter und viel besser machen können. Das können wir dann tun und nach außen hin ändert sich rein gar nichts. Jemand, der unsere Datenstruktur verwendet, die wir dann entwickelt haben, muss sich um nichts Gedanken machen. Er wird nur feststellen, dass vielleicht alles besser und schneller läuft, aber seine Software selber funktioniert immer noch genauso gut, beziehungsweise sie funktioniert sogar besser als vorher und er muss gar nicht wissen, dass wir intern etwas geändert haben. Er freut sich nur, dass auf einmal alles schneller geworden ist. Das heißt also, dass wir Teile ersetzen können, weil wir interner modifizieren können, die nach außen hin keine Auswirkungen auf die Lauffähigkeit des Programms haben. Zu guter Letzt haben wir auch noch die Möglichkeit, Fehler leichter lokalisieren zu können, weil wir diese abstrakten Datenstrukturen eben für sich testen. Das ist im Grunde genommen ähnlich zu dem, wie ich das hier immer wieder versucht habe anzudeuten. Wir bauen uns immer wieder Testumgebungen und schauen, ob das so funktioniert, wie es soll. So können wir auch bei der Entwicklung der abstrakten Datenstrukturen vorgehen. Und weil sie eben abstrakt sind, das heißt, sie können an verschiedensten Stellen eingesetzt werden, können wir das mit einem einfachen Anwendungsbeispiel testen und können uns trotzdem darauf verlassen, dass auch in komplexen Anwendungen immer noch alles korrekt läuft, wenn wir vernünftige Tests haben und wenn unsere Datenstruktur vernünftig gebaut ist. Insgesamt erreichen wir auf diese Weise eine höhere Qualität unserer Software dadurch, dass wir sie modularisieren. Wenn wir wissen, dass die einzelnen Module funktionieren, müssen wir natürlich noch testen, und ob das Zusammenspiel der Module auch funktioniert. Das müssen wir auf jeden Fall noch sicherstellen. Aber insgesamt können wir damit die Qualität unserer Software durch die Modularisierung mit abstrakten Datenstrukturen verbessern und erreichen das dadurch, dass wir die Sprachelemente von JavaScript diszipliniert gebrauchen. Ein undisziplinierter Zugriff ist das, was wir bislang im Grunde genommen gemacht haben, indem wir nämlich einfach hingegangen sind und direkt auf die Eigenschaften zugegriffen haben. Wir haben direkt von außen, so wie das links auf der Folie dargestellt ist, aus den Funktionen, die wir in unserem Hauptprogramm haben, also beispielsweise unserer HTML-Datei oder aus Funktionen bzw. Methoden, die in anderen Klassen geschrieben worden sind, direkt auf die Eigenschaften unserer Datenstruktur zugegriffen. Die Funktionen und Methoden müssen dazu natürlich die Details der Datenstruktur kennen, müssen damit arbeiten können. Wir als Entwickler der Datenstruktur haben andererseits keinen Überblick darüber, wer irgendeine Eigenschaft, über die unsere Objekte verfügen, auch noch verwendet. Damit können wir sie aber eigentlich nicht mehr verändern, weil wir damit Gefahr laufen würden, dass die Software von anderen Leuten auf einmal nicht mehr funktionieren würde oder auch unsere eigene Software, weil wir selber gar nicht mehr wissen, an welchen Stellen wir denn über all diese Klasse oder diese konkrete Eigenschaft vielleicht verwendet haben. Und dann nennen wir beispielsweise nur eine Eigenschaft um und schon funktioniert die gesamte Software nicht mehr. Dann können wir uns auf die Fehlersuche machen. Daten können außerdem unabsichtlich zerstört werden, weil wir zum Beispiel vielleicht in eine Datenstruktur etwas hineinschreiben, also in eine Eigenschaft, einen Wert hineinschreiben, der ja gar nicht hingehört. Zum Beispiel könnte es sein, dass wir einfach den Auto aus einem Buchobjekt herauslöschen. Das ist natürlich nicht zulässig, hatten wir gesagt. Und wir gehen in unserem Programmcode immer davon aus, dass die Eigenschaft Auto einen vernünftigen Wert hat. Also müssen wir dafür sorgen, dass so etwas nicht passiert. Und schließlich ist es natürlich auch noch so, und das haben wir auch schon mehrfach gesehen, dass eben der Code, den wir haben, wenn wir irgendwelche Daten benutzen wollen, mehrfach geschrieben werden muss. Wir hatten das beispielsweise gesehen, wenn wir unsere Objekte ausgegeben haben. Dann war es am Anfang immer relativ kompliziert, weil wir bei dem Buchobjekt beispielsweise, als wir die Buchobjekte noch von Hand erzeugt hatten, jedes Mal diese umständliche DocumentWrite dort im Hauptprogramm stehen haben, das auf die einzelnen Eigenschaften zugreift und dann diese Dinger so zusammensetzt, wie wir das gerne in der Ausgabe haben wollen. Das bedeutet aber auch, wenn wir irgendwann die Webseite so umgestalten wollen, dass wir die Bücherliste statt als Tabelle doch lieber als Liste auf unserer Webseite haben wollen, dann mussten wir natürlich hergehen, dass an zig verschiedenen Stellen ändern. Und das müssten wir auch, wenn wir ein Array verwenden und an mehr als nur einer Stelle eine Ausgabe haben wollen. Das wäre also viel eleganter zu lösen, wenn wir grundsätzlich über Methoden zugreifen, wie wir das rechts auf der Folie sehen. Die Idee ist also bei einem solchen disziplinierten Zugriff, wie man das dann auch nennt, dass nur wenige Funktionen auf die Daten zugreifen können. Und das sind die Methoden, die innerhalb unserer Klasse enthalten sind. Die Methoden gehören zumindest teilweise jeweils zu einer Eigenschaft dazu. Daten und Funktionen bilden also gewissermaßen eine Einheit. Die erste Eigenschaft dort könnte zum Beispiel die Eigenschaft Auto unseres Buchs sein, für die wir dann eine Getter- und eine Setter-Methode hätten. Oder eben gerade nicht. Vielleicht gäbe es nur für den Preis eine Get- und eine Set-Methode, für den Auto und die Titel aber nur eine Get-Methode. Die zweite Eigenschaft hier rechts hätte vielleicht auch nur eine Methode, die nur das Auslesen erlaubt. Und so können wir das für alle weiteren Eigenschaften auch machen, sodass die Eigenschaften gezielt nur über die Methoden angesprochen werden. Auf diese Weise können wir Daten und Funktionen wie gesagt zusammenfassen und sicherstellen, dass gewisse Fehler gar nicht mehr auftreten können. Die abstrakten Datenstrukturen, die wir so bauen, das werden wir uns in den nächsten Videos noch ansehen, können auf unterschiedlichste Weise verwendet werden. Warum diese Dinge abstrakt heißen, werden wir im nächsten Video noch kennenlernen. Allerdings darf man auch nicht verschweigen, dass das Ganze auch gewisse Nachteile hat. Den einen hatte ich eben schon angesprochen, dass nämlich unser Code für das Buchobjekt oder allgemein die diversen Objekte erst einmal ein bisschen komplizierter wird. Meistens wird es gar nicht fürchterlich viel komplizierter, weil die einzelnen Methoden, vor allem die Getter und Zetter, in der Regel sehr einfach sind. Es wird aber schon aufwendiger, es wird mehr Quelltext, den wir schreiben müssen. Dieser indirekte Zugriff auf die Eigenschaften kostet auch Zeit. Bei zeitkritischen Anwendungen kann es daher sinnvoll sein, doch auf ein solches Vorgehen zu verzichten und direkt auf die Eigenschaften zuzugreifen. Aber häufig haben wir solche Anwendungen nicht und da ist der Gewinn, den wir über diesen disziplinierten Zugang haben, meistens größer als der Zusatzaufwand, den wir betreiben müssen. Das soll es als erste Einführung zum Thema Bausteine für die Softwareentwicklung gewesen sein. Im nächsten Video werden wir uns dann angucken, wie wir abstrakte Datenstrukturen als solche Bausteine für die Softwareentwicklung nutzen können. Wir werden uns das an mehreren Beispielen ansehen und dann später noch dem Thema der Modifikation zuwenden und warum man vielleicht irgendwann einmal etwas am Code verändern möchte. Da werden wir uns dann auch Gedanken über die Effizienz machen. Aber wie gesagt, erst einmal schauen wir uns die abstrakten Datenstrukturen etwas genauer an. Tschüss, bis zum nächsten Video.